nicht ausgegangen ja moment ich kann das ist ja verzögert weiß der ja und dann kann ich auch wieder anmachen so noch quatschst du bei mir ja ja immer diese quatscherei ist ja schlimm ich habe gerade ein schreckliches bedürfnis eine zu rauchen jetzt ist es ausgegangen ja das ist ja 30 sekunden verzögert ja meine augen sind heute kennst du das so wenn augen trocken sind also sie sind nicht wirklich trocken aber es fühlt sich so an so so irgendwie als würden weiß ich nicht so wurde die augen einfach so das tut nicht weh aber das klebt schon fast nein wir brennen meistens die augen die büten brenn nicht hat diese die fühle sich so trocken an als hättest du da wohl nicht reingeschüttet so irgendwie laputieren oder nein ich kenne dich auf gar keinen fall damals noch nicht mehr von wo also wer wenig davor erkannte dass ich dich kennengelernt haben jetzt hat er mich es ist so klar jedes mal jedes mal bin ich die erste jetzt okay zwei runden nicht aber ich bin immer die erste diese kacke macht bald ein gewinnspiel da kannst du das gewinnen entschärf erst ja ich blabber achtung er kommt ich renne ja schon sie zu dass du bekommst alles riesig weiß nur nicht ob das funktioniert bei mir mit meiner verbindung mit dem internet bist du hinter mir her erst hinter mir her also scheiße alles wieder sonst noch habe ich ja das hat wohl nicht geklappt ja ich habe manchmal so tage so dass da läuft es einfach und dann gibt es halt jetzt jetzt hat er mich das war es aber hängt dann nicht einmal geht das muss ich aber weg kommen hier am mann jetzt habe ich zu viel rumgekaspert und du bist aber ganz weit hinten ich lauf schon mal los jetzt jetzt geht das aber jetzt kann ich euch beide sehen wir hier das spiel gerade spielt okay du dich hat er dich vergessen er bringt mich unter in den keller nein er hat dich gesehen von oben wer auch mal durchs fenster gekommen ist nee das war ich nicht ich bin hier noch hinter mauern ich bin noch nicht mehr in der nähe von dir ich weiß überhaupt nicht wo du gerade bist ich sehe dich nicht wieso sehe ich dich nicht normalerweise sehe ich doch jeden der hängt ja musst du mal gucken ob du mich unten irgendwo sieht ich habe ja gerade guckt es ist ich glaube ich habe es ist er hier noch in der nähe bei mir ist er nicht ich werde aber gerade runter geholt also nichts riskieren ich bin in einem anderen haus ich bin unten ich war so eiskalt in dem falschen haus ja da hinten nicht der nächste wird ihn auch 100 pro in den keller bringen aber da ich hier unten bin wohl ich ihn runter ich hoffe der findet mich jetzt nicht nein jetzt sehe ich das wieder im keller nein 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 was was ich wollte gerade vom haken holen und dann sowas man so eine miese man so eine miese ich bin auf jeden fall in der nähe der hängt beide jungen ja ich sehe das wieso leckt es denn jetzt hier was ist denn los ich bin auf jeden fall ich bin direkt über euch ja was mache ich denn jetzt ich renne jetzt einfach geronimo mäßig rein ja jetzt musst du dir bleibt nichts anderes übrig außer als generatoren zu machen oder dich erwischen zu lassen ja vielleicht schaffe ich es ja noch warte mal der ist ja gerade beschäftigt ich meine ich bin ein bisschen behindert im kopf das würde ich nicht sagen aber der wird da unten sein ist da unten scheiße der ist unten oh nein der ist unten ich komme mir nicht raus er geht aber auch nicht hinter dir herren raus ja ich renne schon wieso hätte ich hinterher weil er jetzt hier unten den unten selbst denke ich mal aber du kannst nichts machen und jetzt auf jeden fall zwei generatoren machen nein oh scheiße ich klemme ich komme da nicht reichen das war das denn jetzt für eine heldenaktion äh Pinky das war ein bisschen fail oder? ja ich weiß das war echt fail jetzt lese mal das was der Madcat das ist ja okay wenn du abwimmst du mal was tust aber hör bitte auf dann kann ich einmal die Türen ich werd mir grad naja 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 ich rufe nicht Pikachu warte mal bitte gut was der mitgeschrieben hat nein dann rufe ich gucke achso auch Pokemon Go gespielt ich hab einen Evoli hab ich gefangen also ich hab Pokemon Go gespielt ich hab auch eins ich hab eins hier so gefangen ja war 7 ich hab einen Pikachu hatte ich geholt ich hab einen Motsi geholt warte auf das Bild dazu ich hab ein kleines Evoli ich hab ein kleines Evoli Kummelov hab ich sogar geholt ja Kummelov ist ich hab das ich spiel das immer noch ab und zu mir wird grad gesagt mir wird grad gesagt bei meinem Stream hört sich das an als wenn ich selbst Gespräche machen würde man hört keinen von euch was muss ich denn jetzt hier bei diesem Studio noch machen damit man euch hört äh eigentlich nix muss ich TS noch muss ich TS noch ne du musst das Mikro du musst dein Mikro äh dein äh dein Mikrofon ja musst du noch mit einstellen oder hast du Desktop Audio ausgemacht aus Versehen ich hab keine Ahnung was ich hier gemacht hab ne deine Soundwiedergabe ne deine Soundwiedergabe ne deine Soundwiedergabe musst du damit einstellen also das der Lautsprecher von dir musst du einstellen ich hab auch noch ne Pikachu Karte Mad Cat äh Kappe Kappe ich hab den Pikachu Kapo und den Flüsch Evoli ja warte ich hör mal bei dir rein Mikrofon bitte so vielleicht jetzt ich weiß es nicht ob das jetzt funktioniert und ich hab noch einen MSI Drachen also ich hab's jetzt gerade umgestellt also ja ich büte mich mal kurz ich hör mal dann hör ich mal guck ich mal ob ich das ob ich ja warte ich miet mich mal ob ich was höre bei dir ja mach mal den hab ich auch noch ja ja jetzt zeig der mir an hier Desktop Audio ne man hört nix ja warte müsste gleich kommen der OBS der OBS geht nicht also Studio das läuft das einzige was geht ja das andere das Classic geht irgendwie nicht mehr also ich hab's eben auch versucht bin ich auch rausgeflogen was das normale OBS das normale OBS Classic geht nicht mehr ja da zeigt er bei Twitch auch an dass das nicht mehr unterstützt wird das kannst du auch nicht mehr runterladen das Classic ich rede vom Open Broadcaster Software ja es gibt Open Broadcaster Software Studio und Classic also zumindest gab es mal Classic ja das ist das Classic ist das normale dann halt genau ich hab damit letztens sogar noch mal Test Stream gemacht ich hab da letztens auch noch mit gestreamt so am Dienstag wollte ich es oder Mittwoch wollte ich es streamen ging kurz ging aber sofort wieder aus dann hat er mir irgendeinen Error angezeigt so dann hab ich das nochmal geupdatet also weil irgendein Update wohl noch offen war und dann hat mir Twitch angezeigt dass diese Medien bla 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 nicht mehr unterstützt wird ja dann muss ich mal weil ab Montag krieg ich mal ne 100.000er dann will ich ja auch streamen dann muss ich das mal austesten 60k kannst du auch mit streamen und ich krieg ne 100.000er darf ich jetzt angeben nein ich lass es ich lass es ich lass es du hast wahrscheinlich 200.000er nein ich hab noch nur 120.000 wenn ich bei meinem Freund bin 150.000 und nächsten oder übernächsten Monat ähm kommt für 60€ ne 400k Leitung rein ach wenn ich will 5€ mehr kann ich sogar ne 200.000er haben warum machst du das nicht weil ich hab hier momentan den total epischen Upload von 16k das ist echt ähm soll 100.000er Download kriegen und 40.000er Upload kriegen ja das ist ganz ok ja bei Unity Media geht das irgendwie nicht das geile ist ich hab grad meinen Drucker angemacht weil ich ja so nen guten Rechner habe hier mal wieder den virtuellen Penis gerade raus hole ähm kann ich sogar in in Voll-HD streamen mit 60FPS ja das kann ich eigentlich auch aber diese verdammten scheiß Ubisoft Studio Einstellung hier Ubisoft was hab ich mit meinem Ubisoft Open Broadcaster Ubisoft? oh nein er sagt OBI Ubisoft ja Open Broadcaster kannst ja OBI abkürzen und Soft für Software irgendwie ist es ja OBS heißt das doch ja ich weiß ich bin die ganze Zeit irgendwie ein OBI drin keine Ahnung OBI war kein OBI ne? beim Star Wars hier ne? das lustige ist mein Freund heißt Urbiwan sein Name Urbi U-R-B-I mit Vornamen oder was? nein das ist die Abkürzung für seinen Nachnamen achso Mensch das ist ja hier jetzt richtig aber Mensch doch wieder schönes Pinkfokumod aber wo ist mein Gelder? ich hab leider wenn kriegst du von mir nen veganen Döner das kannst du von mir haben ach das ist doch langweilig Pinky das will der ja auch nicht Fleisch muss das sein ich würd jetzt ein richtiges Arschloch sein aber ich bin so tierlieb das kann ich jetzt nicht sagen ich muss nochmal hast du jetzt eingestellt Krokett? Krokett Krokett? oh mein Gott Entschuldigung hast du grad echt Krokett gesagt? ich nenn ich einfach KK 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 ich kann nicht auch K nennen ist auch egal ich versuch mal eben nenn ihn einfach Karotte ja oder Karotte nenn ihn einfach das ist besser als KK dann mach das Ding mal kurz aus und dann höre ich gleich mal ob du ob wir zu hören sind KK 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 oh Gott sagt er echt KK oder soll ich dich einladen? ich lad dich ein ich lad dich ein hahaha 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 sag der warte mal ich hab grad so ne scheiß Werbung ich hör euch nicht so gut ey ähm KK Karotte so ok ich mach nochmal Ton an bei ihm sag der KK 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 er ist Kro die Krokette Kaka Krokette Kaka die Krokette Kaka die Kaka Maus von How I Met Your Mother die Kaka Maus die Kaka Maus jetzt hast du das Problem man hört die Leute also man hört uns aber ganz 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 leise ey jetzt guck mal bitte kurz in dein OBS rein da steht doch äh Mike und ähm hier Aux ne ja und da drunter Desktop Audio das steht bei ist bei mir oben drüber oder so Eigenschaften ne der muss der muss den der muss die Soundkarte auswählen von wo der drüber also wo der drüber hört die muss der auswählen ok bei mir war das automatisch drin also mein OBS hatte ich das damals das Problem dann hab ich den Ingame Sound gehabt ne 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 stell mal auf Stereo um in deinem Windows Einstellung auf Stereo um